Es gibt halt nicht ein einziges Trikot von uns, ne? Es ist so brutal. Das tut so weh. Irgendwann werde ich die Mods beauftragen, sich mal eine ganze Nacht hinzusetzen und zu snipen. Ah! Hab ich's gek... Nein! Das Leben ist unfair. Es tut so weh. Ich hätt mir 100 Euro gespart. Oh mein Gott, Digga. Das hat resettet. Digga, ich dach grad, es ist ne ganze Seite Schalke-Trikots drauf. Oh mein Gott, Digga, weil sie es resettet hat.